Beim 1. FC Köln sind die Kaderplanungen für die nächste Saison schon im vollen Gange. Während der neue Vertrag für Flügelspieler Florian Kainz nur mal eine Frage der Zeit sein sollte, hat sich der 1. FC Köln nach einem anderen Flügelspieler erkundigt, nämlich nach dem deutschen Carlet Naray. Der 27-jährige rechte Mittelfeldspieler von Fortuna Düsseldorf wird dem ein oder anderen zweiten Bundesliga-Beobachter sicher ein Name sein, den man kennt, denn er hat zuvor auch schon beim HSV gespielt. Und backt jetzt seine Brötchen bei den Düsseldorfern. Warum nun der 1. FC Köln an ihm interessiert ist und warum er in der Zukunft vielleicht eine sehr interessante Variante für den rechten Flügel bei Köln sein könnte, besprechen wir alles in diesem Video. Und falls du ein Fan von diesen Videos bist, gerne eine Bewertung da lassen und gerne den Kanal abonnieren, würde mich sehr freuen und was ist deine Meinung zu diesem möglichen Transfer von Carlet Naray zum 1. FC Köln? Also Naray wurde das erste Mal mit dem 1. FC Köln in Verbindung gebracht durch die Rheinische Post. Die sagt, dass Trainer Steffen Baumgart genau diesen Spielertyp für seine Mannschaft sucht und dass Naray vor allem durch seine Leistungen in der 2. Bundesliga sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Doch als Naray beim HSV gespielt hat, in der 2. Bundesliga hat er zwar viel gespielt, war aber jetzt nicht der überragende rechte Mittelfeldspieler, den man suchen würde beim 1. FC Köln. Aber jetzt bei Fortuna Düsseldorf hat sich der 27-Jährige zum absoluten Stammspieler entwickelt. Naray spielt nämlich momentan die beste Saison seiner Karriere. In der aktuellen 2. Bundesliga-Saison hat er in insgesamt 24 Zweitliga-Partien für Fortuna Düsseldorf sieben Tore erzielt und elf Vorlagen beigesteuert, meistens für Ruben Hennings, der im Mittelsturm bei Fortuna Düsseldorf spielt. Und das ist eine Saison, wo Düsseldorf eigentlich eher um den Abstieg gespielt hat, als um die vorderen Plätze. Das ist da schon sehr, sehr beeindruckend. Auch wenn es jetzt durch den neuen Trainerwechsel wieder besser läuft, hat Naray in der ganzen Saison schon gezeigt, dass er auf dem rechten Flügel extrem wertvoll für eine Mannschaft sein kann. Und damit gehört er auch mit Sonny Kittel zu den erfolgreichsten Assistgebern in der ganzen 2. Deutschen Bundesliga aus dem Körter in die Top 10 der erfolgreichsten Scorer. Also dieser Mann weiß auf jeden Fall, wo das Tor steht oder zumindest der Mitspieler. Und deswegen auch sehr interessant für den 1. FC Köln, denn wenn ein Anthony Modest, nehmen wir mal an, dass er nächstes noch da spielt, könnte er von Naray sehr gute Assists vorbekommen, die er dann nur mit seinem Kopf oder mit seinem Fuß verwerten kann. Schönes Wunschdenken natürlich für Köln-Fans, aber wie realistisch ist dieser Transfer denn? Natürlich nicht unrealistisch, denn Naray spielt bei Düsseldorf einem Mittelfeldkandidat momentan in der 2. Bundesliga. Also ich denke an der Attraktivität würde er es nicht scheitern, eher an den Mitbewerbern, denn momentan sich interessiert der 1. FSV Mainz 05 und auch andere Klubs aus England sowie Italien. Auf jeden Fall das Interesse an Naray ist sehr, sehr groß. Noch kurz zu seinen stärksten Attributen. Ich habe es vorher schon ein wenig erwähnt. Also Naray ist extrem schnell auf dem rechten Flügel unterwegs. Auch sehr, sehr robust, kann sein Körper sehr gut dazwischenstellen zwischen ihm und seinen Zweikämpfer. Außerdem hat er eben ein feines Füßchen, mit dem er tolle Flanken schlagen kann, was halt für großgewachsene Stürmer perfekt ist, wenn sie einen Naray auf dem rechten Flügel haben, weil der diese Flanken präzise auf ihren Kopf bringt. Außerdem hat er auch gute technische Fähigkeiten, die manchmal aber vielleicht dann doch etwas zu schludrig verwendet werden. Nichtsdestotrotz ein extrem guter Flügelspieler, vor allem in dieser Saison, zeigt er wirklich, dass er auch Statistiken kann, dass er auch sehr gut Tore vorbereiten kann. Was auf jeden Fall dafür sprechen würde, ist die Nähe zu Köln. Denn Düsseldorf und Köln sind Nachbarn und deswegen würde er zumindest nicht weit umziehen müssen, wenn überhaupt. Was haltet ihr von diesem möglichen Transfer zum 1. FC Köln? Habt ihr Naray in dieser Saison verfolgt? Und ja, wenn ja, was sind eure Eindrücke so von seinem Spielstil? Schreibt dazu gerne eure Einschätzung mal in die Kommentare. Und falls euch dieses Video gefallen hat, gerne Bewertungen zu lassen, gerne den Kanal auch abonnieren. Wir sind bald bei 1000 Abonnenten, würde mich freuen, wenn wir es diesen Monat noch schaffen würden. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bleibt sportlich, bis zum nächsten Video und ciao.